Hallo Leute, Willkommen zurück bei Half-Life Alyx. Eben noch hier im North Star Hotel, auf unserem Weg weiter zum Wald. Es ist zwar keine gerade angenehme Rupe, aber da müssen wir hier wohl durch. Die Hände sind in der Mitte. Die Hände sind in der Mitte. Die Hände sind in der Mitte. Ja, das war's. Hey! That elevator will take me up to the substation. Any ender? Yep! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! So... So... Haben wir auch noch etwas, Moni? Sehr schön! Okay, das hat hier genau gar nichts gebracht. Ah, nichts. So, müssen wir ein bisschen steifen? Ich glaube, wir müssen erst mal bunter kommen. Oh, hopp! Jetzt schafften Zombies. Oh, das ist ein bisschen zu tun. Oh, das ist ein bisschen zu tun. Das ist jetzt mit uns von Munoz. Sechs Magazinen. Schönen wir mit den Kanaden machen. So, ich bin jetzt mit zwei. Ja, doch. Du bist wohl. Ich habe das ja aber nicht gesehen. Ja, es geht so. Es geht so. Ja, 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 es geht so. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Dann legen wir noch ein paar rum. Aber was versteckt sich da hinten? Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das heißt, ich muss wieder das hier besetigen. Das ist wirklich nicht, dass ich diese Steuerung anschein kann. Damit er aufzukommt, da kommt. Das ist wirklich nicht, dass du gerne einen Panzer pumpst. Das war's. Gut dann! Das ist mir. Das ist mir. Ich weiß, ich hab's dir gerade aufgesammelt. 3 left. Acknähe von Wiener. Acknähe von Wiener. Warte, das ist ein. Acknähe von Wiener. Acknähe von Wiener. Last three. Acknähe von Wiener. Acknähe von Wiener. Acknähe von Wiener. Last mag. 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 Wieder mal. Okay, wir spawnen immer wieder. Das ist sehr gut. Irgendwas ist noch ins Hingeflogen. Bist du nicht. Wo versteckst du dich? Au! Bist du nicht mehr? Bist du nicht mehr? Das ist sicherlich mal der Stelle. wirklich? Ja, ich musste beide von ihnen schreien. Es war schrecklich, Russell. Es war schrecklich, schrecklich. Oh, es war es. Ja, das wäre auf jeden Fall abgefahren. Also bin ich? Ja. Ich bin ein Einwohner. Was ist das? Ja, ich bin ein Wunder. Ja. Und drei Marks, Marks, Magazin. Und wir haben einen Aufzug. Das ist nicht unheimlich, dass es nicht runterkommt. Hier ist er. Und aufwärts geht's. Das ist nicht so, Alex. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Er hat nur ein Leger. Es gibt nur einen Weg. Es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg. Ich werde nicht sagen. Er sollte jetzt zurückkommen. Ja. Ich sollte zurückkommen. Normalerweise, ja. Aber du bist der Weg zu den Dätern. Ich würde sagen, wir sollten dich überraschieren. Wollt sind wir jetzt wieder zurück. Hier ist auch ein Weg. Ja, da ist nicht mal passiert. Woher kennt man sich. wir haben und dann noch in der Dätern. Sagen! Besteht! Ja! Worn, Wollt ein! Das ist die Tür. Diese Tür und so weit kommend für die Tür. Ja, komm. Ja, komm. Ich habe es nur geholfen.